Hier sind wir das Betrieb in Rio, Raya-Brennig, Malazón. Obst noch da drin. Super lecker! Oh, es sieht so lecker aus. Ich freue mich jetzt schon auf etwas Leckeres, Leckeres, Leckerlecker zum Essen. Hier mal schauen, was hier in Plöpfen alles gibt. Leckerer Fisch. Hier wird alles frisch gemacht. Das ist alles schön und ihr habt halt ein richtig großes Betrieb. Das finde ich halt ganz toll. Hier gibt es auch etwas Asiatisches. Das war's.